Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video der Auslosung, wer bekommt welchen Rang. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mit den Anführern an. Da sind sie. Auf den Wundermann-Englisch-Karteikarten. Ich bin schlau. So, umdrehen, umdrehen, umdrehen. Umdrehen, wegschauen und vermischen. So, ich glaube, jetzt ist es kein Nix, ein Nenke, oder? Nachtschweif ist die Anführerin. Und sorry für meine hässliche Schrift. Uff, umdrehen. So, Heilerkatz, da ist auch auf jeden Fall ein anderer Name drauf. Umdrehen. Es wird jetzt schwierig, wenn ich dann noch zwei Karteikarten habe, wenn die Heiler-Schülerin ermitteln soll. Versprecher wieder am Start. Die Heilerin ist Rubinlicht. Sehr schön. Machen wir weiter mit der Heiler-Schülerin. Ich schaue jetzt, der bringt es die ganze Zeit weg. Und wenn du mit der Zulassung nicht denkst, ich schaue hin. Also die Heiler-Schülerin ist, hallo Kamera, stell scharf, Eiszapfen, Sonny, du bist eine ehrevolle Kriegerin geworden. Genauso wie alle anderen, also Flammi, Sonny, Blitzi und Aschi. Also gut, das wäre nochmal die Heiler, 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 genau. Ja, genau, Nachti ist ein Heiler. Au. Ich habe mir jetzt gerade gegen die Stirn geschlagen. Für meine Idiotität, oder wie das auch immer heißt. Egal. 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 Auf jeden Fall, weil ich ein Mäusern habe gerade. Also, Nachtscheifers Anführer, Eiszapfen, Heiler-Schülerin, Rubinlicht, Heiler. So, jetzt muss ich mir das merken, dass ich wieder unten bin und aufschreiben kann. Wow, mein Gedächtnis ist schlecht. Obwohl, da wurscht, ich verfange mich jetzt wieder in Nebensächlichkeiten. Und jetzt bei und bis zum nächsten Video, dem Prolog dieser Staffel. Und ein Spoiler für alle, die wissen wollen, wie die Staffel heißt. Fluch der Vergangenheit. Jetzt könnt ihr euch überlegen, was da passiert. So, mal bei.